Als ich mein Büro gegründet habe, gab es noch keinen internationalen Gartenarchitekturpreis. Das habe ich geändert und mein Unternehmen wurde dadurch weltweit bekannt. Mein Name ist Karin Standler, ich bin Landschaftsarchitektin in Linz und in der ganzen Welt. Wir von Frauen in der Wirtschaft vertreten ihre Interessen mit Service, Beratung und Networking. Denn unsere Region profitiert von starken Unternehmerinnen.